Jeden Sonntag gehe ich in die Kirche und feiere den Heiligen Gottesdienst. Ich empfange dabei die Kommunion, die Heilige Kommunion und übe Gemeinschaft mit anderen Christen, höre die Predigten des Priesters, bete und singe mit. Aus tiefer Liebe, Ehrfurcht, Ehre und Respekt zu meinem lebendigen Gott und Schöpfer, zum Herrn Jesus Christus. Und tatsächlich ist das das, was Christen sehr häufig machen sollen. Natürlich stimmt es. Viele Menschen sagen heutzutage, naja, die Institution Kirche oder das Gebäude der Kirche brauche ich ja überhaupt gar nicht. Gott ist ja überall und Jesus Christus sagt ja selbst einmal, dass man in seine Kammer gehen soll und beten soll, ohne dass andere etwas davon mitbekommen. Was Jesus Christus damit meinte, ist nichts anderes, als dass man nicht fürs Beten Ruhm erlangen soll, sondern dass das Gebet, das wirklich ehrliche, echte und aufrichtige, wahre Gebet, ein wirklich von Herzen kommendes Gespräch mit Gott ist. Und natürlich stimmt es. Du kannst jederzeit zu Gott beten, egal wo du bist. Und wenn du auf der Toilette sitzt, du kannst rein theoretisch immer mit Gott in Verbindung treten, weil Gott immer und überall ist und immer und überall für dich da ist. Doch eine Sache, die wirklich sehr wichtig ist, ist auch Gemeinschaft mit anderen Christen. Denn eine Sache muss man im Glauben wirklich immer beachten. Glaube, echter, gelebter Glaube verbindet. Er verbindet Menschen miteinander in der Liebe Gottes und macht eins. Wie der Apostel Paulus so schön schreibt in Galater 3, 28 sind alle eins in Christus. Und diese Gemeinschaft in Jesus Christus, in der Liebe Gottes vereint zu sein, zu feiern, ist das Ziel des Gottesdienstes. Natürlich auch das Evangelium zu verbreiten und das Ziel der Institution Kirche ist sowohl zu evangelisieren und Menschen das Evangelium zu verkünden, als auch natürlich bedürftigen Menschen zu helfen. Nun, wie wird Gottesdienst richtig gefeiert? Und um das herauszufinden, müssen wir auf die historischen Wurzeln des Gottesdienstes schauen. Und deswegen schauen wir uns heute an, wie der Gottesdienst in der frühen Kirche ausgesehen hat. Nun, wenn wir uns fragen, wie die frühe Kirche Gottesdienst gefeiert hat, dann müssen wir dafür ansehen, was die Bibel darüber sagt. Denn die Bibel als Wort Gottes ist Grundlage von allem. Und nicht soll die Bibel an etwas geprüft werden, sondern soll alles an der Bibel geprüft werden. Denn die Bibel ist das erhabene und lebendige Wort Gottes und damit unfehlbar. Das bedeutet, alles, was nicht sich anhand der Bibel bestätigen lässt, ist falsch. Nur das, was sich anhand der Bibel bestätigen lässt, ist auch zweifellos richtig. Aber natürlich auch die christlichen Praktiken, die uns nicht nur in der Darstellung der Apostelgeschichte begegnen, in der Darstellung der Evangelien oder natürlich in den ganzen christlichen Briefen. Sondern wir können auch ein Bild zusammenstellen anhand dessen, was uns die frühen Kirchenväter über das Feiern des Gottesdienstes notiert haben. Nun schauen wir uns zunächst eine der ausführlichsten Passagen des Neuen Testaments über den frühchristlichen Gottesdienst an. Und die finden wir in der heiligen Apostelgeschichte. Genauer gesagt in Kapitel 2, Verse 42 bis 47. Der Abschnitt beginnt damit, dass die ersten Christen sich der Lehre und Gemeinschaft der Apostel widmeten, dem Brechen des Brotes und den Gebeten. Hier stoßen wir nun auf ein sprachliches Problem, denn es heißt hier, dass sie sich einfach dem Gebet widmeten. Der griechische Text lautet allerdings die Gebete. Diese Sprache legt nahe, dass die Jünger in einem eher liturgischen Kontext bestimmten Gebeten verpflichtet waren. Und das würde durchaus Sinn machen, wenn man bedenkt, dass diese jüdischen Jünger es gewohnt waren, jeden Sabbat in den Synagogen rituelle Gebete zu verrichten. Jesus selbst gab seinen Jüngern ein Beispiel für ein solch festes Gebet, das Vaterunser, Matthäus 6, 9 bis 13. Man beachte auch, dass Apostelgeschichte 3, 1 die Geschichte fortsetzt, indem sie berichtet, dass der Apostel Petrus und Johannes zur Stunde des Gebets zum Jerusalemer Tempel gingen. Jüdische Bräuche aus dem Tempel und den Synagogen bildeten einen wichtigen Hintergrund für unser Wissen über den frühen christlichen Gottesdienst. Daher lohnt es sich ein wenig, über diese Bräuche Bescheid zu wissen. Juden beteten jeden Sabbat, also unseren Samstag, nach festen Mustern, einschließlich der Lektüre der Tora in einem ein- oder dreijährigen Lektionszyklus und der Propheten gefolgt von einer Predigt über die Lesungen des Tages, siehe Lukas 4, 16 bis 21. Es wurden auch formelle Gebete und Segenswünsche vorgetragen. In den Tagen Jesu hatten Wortlaut und Reihenfolge der Elemente des Synagogen-Gottesdienstes eine solche Stabilität erhalten, dass wir mit Fug und Recht von einer synagogalen Liturgie sprechen können. Die Anklänge an die synagogalen Gebete im Vaterunser und anderen frühchristlichen Gebeten zeigen uns Folgendes, nämlich, dass diese Liturgie Jesus und den ersten Jüngern gut bekannt war. Wir sollten nicht glauben, dass die frühen Christen in ihrem Gottesdienst antiliturgisch waren. Ganz im Gegenteil. Wenn wir also das Neue Testament lesen, dann haben wir es bei den handelnden Personen mit, also meistens mit Juden zu tun, vor allem bei Jesus und seinen Nachfolgern. Und da muss man sich dann vor Augen halten, dass sie nicht aufhörten, Juden zu sein. Sie haben nicht alle ihre Traditionen und Bräuche zugunsten eines neuen und völlig spontanen Glaubens aufgegeben. Jesus Christus hat regelmäßig in der Synagoge vorgelesen. Der Apostel Paulus hielt nach wie vor das Gesetz und hielt sich unter den Juden so auf, dass er stets die Gesetze der Juden respektierte. Paulus weist zwar darauf hin, dass das nun für Heiden nicht mehr notwendig ist, weil in Jesus Christus ein Mensch bereits nach dem Gesetz lebt, in dem er Jesus Christus hat, der für ihn das Gesetz hält. Jedoch hatte Paulus trotzdem Respekt vor seinem jüdischen Hintergrund und bezeichnete sich in seinen Briefen mehrfach ausdrücklich als Jude. Das bedeutet, den Vorrang des Judentums hat kein einziger Christ der Jerusalemer Urgemeinde und auch Jesus nicht aufgehoben. Ganz im Gegenteil. Bei Jesus handelt es sich nicht um eine Demontage dessen, was wir in den mosaischen Schriften lesen zum Beispiel, sondern es handelt sich um eine Bestätigung. Dadurch, dass Christus das fleischgewordene Gesetz ist, glauben wir an Christus und tun seinen Willen und somit haben wir das Gesetz bereits erfüllt, sind somit also nicht mehr an rituelle Dinge gebunden, die die Israeliten tun mussten, um sich von den Heiden abzuschotten, da die Heiden durch den neuen Bund nun mit eingebunden sind in das Heilsgeschehen und in den Heilsplan Gottes. Und mit der Ankunft des neuen Bundes, der durch den Dienst Christi zustande kam, gab es nun sicherlich einige Dinge, die sich änderten. Besonders jetzt, wo der Heilige Geist auf alle Nachfolger Christi ausgegossen wurde, Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 und 38 bis 39, sehen wir schnell eine Abkehr vom levitischen Opfersystem im Tempel und eine Neuordnung rund um den Essenstisch in Häusern, wo an das letzte Opfer Christi im Abendmahl und in der Eucharistie gedacht wurde. Es gab auch einen sehr frühen, wenn nicht sofortigen Übergang vom Gottesdienst am jüdischen Sabbat zum Gottesdienst am Tag des Herrn, des Sonntags, ja, zu Ehren Jesu Auferstehung an einem Sonntag. Wir sehen dies bewiesen in Apostelgeschichte 20, 7, in 1. Korinther 16, 2 und in Offenbarung 1, 10. Und auch der Kirchenvater Justin der Märtyrer schreibt in seiner ersten Apologie in Kapitel 67, Aber der Sonntag ist der Tag, an dem wir alle unsere gemeinsame Versammlung abhalten, denn es ist der erste Tag, an dem Gott die Welt erschaffen hat, nachdem eine Veränderung in der Dunkelheit und der Materie herbeigeführt hat und Jesus Christus, unser Erlöser, ist am selben Tag von den Toten auferstanden. Da die alten Juden dazu neigten, den Sonnenuntergang als Beginn des Tages zu markieren, ist es möglich, dass sich die ersten Christen tatsächlich am Abend versammelten, um gemeinsam zu essen und am Gottesdienst teilzunehmen. Das würde also bedeuten, dass das, was wir als Samstagabend betrachten, tatsächlich der Beginn ihres Sonntags war. Interessanterweise sehen wir in 1. Korinther 11, 21 und 33 bis 44, dass der Apostel Paulus bestimmte Christen zurechtweisen musste, weil sie sich weigerten, mit dem Beginn des gemeinsamen Mahls zu warten, bis die ganze Gemeinde versammelt war. Viele Heidenchristen in der frühen Kirche hatten keinerlei arbeitsfreien Tag und so kamen die ärmeren Mitglieder der Gemeinde nach der Arbeit später als die Wohlhabenden. Die Gemeinschaftsmahlzeiten der Kirche, die waren so ein Punkt, bei dem jeder seinen Beitrag zum Wohle aller leisten sollte. Diese wurden manchmal als Liebesfeste bezeichnet. Apostelgeschichte 2, 44 bis 45 beschreibt, wie die alten Christen, die über einen Überschuss verfügten, großzügig spendeten, um bedürftige Mitgläubige zu unterstützen, siehe zum Beispiel auch 2. Korinther 11. 8 bis 9. Diakone, das griechische Wort für Diener und Diakonissen, wurden ernannt, um bei der Durchführung des Essens zu helfen und sicherzustellen, dass Essen an diejenigen verteilt wurde, die nicht persönlich anwesend sein konnten. Siehe Apostelgeschichte 6, 1 bis 7, Römer 16, 1, Philippa 1, 1 und 1. Timotheus 3, 8 bis 13. Das bedeutet, die frühen Christen haben durchaus auch Mahlzeiten, Geld und viele Hilfsgüter an andere Menschen verteilt. Das bedeutet, dass die Urkirche, die Jesus Christus gegründet hat, die apostolische Zusammenkunft, dass die Apostel, ganz nach Jesu Christi Vorbild, ein Wohltätigkeitsnetzwerk war, welches daran interessiert war, einen sozialen Aufbau zu bauen, der Menschen aller Art miteinander nicht nur vernetzt und verbindet, sondern auch bedürftigen Menschen ganz nach Jesu Gebot der Nächstenliebe hilft. Während dieser Zusammenkünfte gab es eine öffentliche Lesung der Heiligen Schrift, gefolgt von einer Lektion oder Predigt, siehe 1. Timotheus 4, 13, ähnlich wie in der Synagoge, zusammen mit dem Singen von Psalmen und Hymnen, 1. Korinther 14, 26 und Epheser 5, 19 sowie Kolosser 3, 16. Und das Teilen prophetischer Worte mit Interpretationen, 1. Korinther 14, 26. Wenn eine Kirchengemeinde zufällig einen Brief von einem Apostel oder später von einem Regionalbischof wie z.B. Clemens oder Ignatius usw. erhielt, wurde diese zur Unterrichtung der Gemeinde öffentlich verlesen, siehe Kolosser 4, 16 und 1. Thessalonicher 5, 27. Den Höhepunkt der Mahlzeit bildete die Feier des Abendmahls bzw. der Eucharistie, bei der an den Opfertod Christi gedacht wurde. Wer auch immer diese Gemeindesammlung vor Ort verstand, wer auch immer dieser Gemeindeversammlung vor Ort vorstand, ein ältester Priester, griechisch Presbyteros, siehe Apostelgeschichte 14, 23, Titus 1, 5, 1. Petrus 5, 1, würde dann einen Segen für Brot und Wein beten und vermutlich die Einsetzungsworte Jesu verkünden, über das Abendmahl sprechen und andere festgelegte Dankgebote sprechen, Dankgebete sprechen. Und ein Beispiel für solche eucharistischen Gebete aus dem 1. Jahrhundert finden wir im Handbuch der frühen Kirche mit dem Titel Die die Dache, also die Lehre Kapitel 9 bis 10. Da lesen wir, Was nun die Eucharistie betrifft, man denke wie folgt, Erstens zum Kelch, wir danken dir, unser Vater, für den heiligen Weinstock deines Knechtes David, den du uns durch Jesus, deinen Knecht, kundgetan hast, dir sei ewige Herrlichkeit. Und was das gebrochene Brot betrifft, wir danken dir, unser Vater, für das Leben und die Erkenntnis, die du uns durch Jesus, deinen Diener, kundgetan hast, dir sei ewige Herrlichkeit. So wie dieses gebrochene Brot auf die Berge verstreut und dann gesammelt wurde und eins wurde, so möge deine Kirche von den Enden der Erde in dein Königreich versammelt werden. Denn dir gehört die Herrlichkeit und die Macht durch Jesus Christus für immer. Aber niemand esse oder trinke von deiner Eucharistie, außer denen, die auf den Namen des Herrn getauft sind, denn der Herr hat auch darüber gesprochen, gib Hunden nichts Heiliges. Nach dem Essen und den abschließenden Gebeten oder Anweisungen sowie weiteren Planungen für die finanziellen Opfergaben und die Essensverteilung reiste die Gemeinde ab. Obwohl in den frühesten Tagen, die in der Apostelgeschichte beschrieben werden, solche Treffen täglich stattfanden, Apostelgeschichte 5, 42, 6, 1, 17, 11, fanden sie Mitte des 2. Jahrhunderts typischerweise, üblicherweise, wöchentlich Sonntags statt, aufgrund zum Beispiel dieses theologischen Umstands, dass quasi Jesus Christus an einem Sonntag auferstanden ist. Aufgrund der Zählung, der erste Tag, der Freitag, dann der Samstag, der zweite und der Sonntag, dann der dritte. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das finden wir auch bei dem Kirchenvater Justin dem Märtyrer, der diesen Umstand in seiner ersten Apologie 65 bis 67 dokumentiert und aufzeichnet. Nun, es gibt zahlreiche Dinge, die man weiterhin anführen könnte. Wie zum Beispiel die Anordnung der griechisch-römischen Speisesäle und ihre Essensbräuche. Die Kontroversen in der frühen Kirche, ob Christen Fleisch von nicht-jüdischen Märkten essen durften. Und es gibt auch die Lehre des Paulus über das Abendmahl in 1. Korinther 10 und 11. Und das wird dann eben als Teilhabe am Blut und am Leben Christi angesehen. 1. Korinther 10, 16. Was sagt denn der Herr Jesus Christus ja schließlich auch? Er sagt ja selbst, nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und nehmt und trinket alle daraus, das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Zur Vergebung der Sünden tut dies zu meinem Gedächtnis, ja. In katholischen, evangelischen und so weiter Gottesdiensten der heutigen Zeit ist dies ja ebenfalls ein unbestrittenes, ein unbestrittener Teil des Gottesdienstes, nennt sich Eucharistiefeier, ja. Und das ist, wie viele, das gibt es auch wirklich, das habe ich ja auch schon mal angesprochen, es gibt einfach Leute, die wollen es nicht verstehen und die müssen dann polemisch irgendeinen Mist verzapfen. Es handelt sich hierbei um die geistige Anteilhabe am Auferstehungsleib Jesu Christi, durch den wir gerettet werden, weil er seinen Leib hingegeben hat und weil sein Leib ewig gemacht wurde, ja. Und somit die Sünde endgültig von Jesus Christus besiegt wurde, ja. Und das bedeutet, dass wenn wir an seinem Auferstehungsleib Anteil haben, dass wir dann keinen toten Körper essen, sondern dass wir am lebendigen Geist, der Jesus Christus lebendig gemacht hat und nun sein Geistleib in den Himmel aufgenommen hat und durch den Jesus Christus gen Himmel fuhr, nachdem er auferstanden ist, leiblich, ja. Dass wir daran Anteil haben und dass wir damit Anteil am ewigen Leben haben, ja. Das ist definitiv das, ja, was wir sagen müssen, ja. Also, es gibt Dinge, die wir bedenken müssen. Wir müssen zum Beispiel bedenken, dass sich die ersten Christen in erster Linie als der jüdische Überrest betrachtete, der sich um Jesus, den Messias, drehte und als solcher dazu neigte, eine große Kontinuität mit der jüdischen Tradition zu pflegen. Warum? Weil das Judentum ja im Grunde der alte Bund ist und das Christentum ist der neue Bund, ja. Das macht jetzt die jüdischen Schriften nicht falsch, sondern bestätigt sie, ja. Gewisse Dinge sind aber dadurch aufgehoben und egalisiert, weil der alte Bund nicht irgendwie falsifiziert, sondern zwar bestätigt, aber ersetzt wurde durch den neuen Bund, ja. Das ist immer ein wichtiger Hintergrund, der auch im Alten Testament bereits selbst angekündigt wird, ja. Und, naja, man las die hebräischen Schriften, das alte Testament, betete jüdische Gebete und man behielt viele Muster und Prinzipien des jüdischen Synagogen-Gottesdienstes bei. Deshalb war auch heutzutage in der Kirche die Versammlung zum Gottesdienst. Und im Einklang mit dieser jüdischen Kontinuität waren liturgische Gebete und Gottesdienste in der frühesten Kirche tief verwurzelt. Auch wenn sie sich hauptsächlich zu Hause trafen, ja, praktizierten die frühen Christen keinen Reihen, in spontanem oder rein charismatischem Gottesdienststil. Allerdings gab es durchaus charismatische und spontane Elemente und Prophetien spielten in der frühen Kirche eine große Rolle. Es ist am besten, es als eine vielfältige und lebendige Bewegung zu betrachten. Die frühe Kirche war allerdings sehr strukturiert und zentriert, wenn es um das Abendmahl ging. Wie aus 1. Korinther 10-11 und zahlreichen Inhalten der frühen Kirchenväter hervorgeht, wurde das eucharistische Mahl als der heiligste Teil des wöchentlichen christlichen Gottesdienstes hochgeschätzt und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, weil es das Zentrum des gesamten Gottesdienstes ist. Weil es das Zentrum des gesamten Gottesdienstes ist, weil es folgendes symbolisiert, nämlich die Fleischwährung, die Inkarnation. Ferner, finanzielle Spenden und die Sorge um die Bedürfnisse der Armen in der Kirche waren von Anfang an eine nicht verhandelbare Grundvoraussetzung des christlichen Gottesdienstes. Zeitgenössische Kirchen täten gut daran, dies weiter im Hinterkopf zu behalten und täten auch gut daran zu prüfen, was uns das Modell der frühen Kirche heute noch zu sagen hat. Das bedeutet, dass die organisierte apostolische Kirche der damaligen Zeit, ja im ersten und zweiten Jahrhundert, auch eine Art Wohltätigkeitsverein war. Es war einfach, da wurden Menschen das Evangelium gebracht, die Menschen wurden miteinander vernetzt und verbunden in der Liebe und Gemeinschaft unseres Herrn Jesus Christus und ganz nach dem Dienst unseres Herrn Jesus Christus wurde sich um die Armen gesorgt, wurden Essensrationen verteilt an die Armen und wurde sich einfach um arme, kranke Menschen gekümmert, wurden sie gepflegt. Ja, das bedeutet, es waren Wohltäter. Die Apostel und die frühen Christen waren ganz nach dem Vorbild Christi, der es ja auch war, Wohltäter. Das bedeutet natürlich, wenn wir heute Gottesdienst feiern, dann sehen wir, dass diese Elemente natürlich in unserem heutigen Gottesdienst weiter eine Rolle spielen. Es macht aber durchaus Sinn, sich dieser Traditionen nochmals zu besinnen und noch einmal ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, was die frühen Christen taten, damit wir genauer verstehen können, was wir heute tun. Gottesdienst ist nicht, dass ein Mensch einfach mal für eine Stunde fromm tut, indem er sich in ein Gebäude setzt und dort so tut, als wäre er der beste Mensch. Nein, es geht darum, auch Buße zu tun, seine Sünden zu bekennen und aber auch zu bekennen, dass Gott der Herr ist und nichts über ihm steht. Und Gott zu loben und zu danken, zu ehren und zu preisen und in seiner Liebe und in seiner Gemeinschaft alle Christen zusammenzurufen, die bereit sind, das Evangelium zu hören, zu verkünden und nach ihm zu handeln, um die Welt ein Stückchen und vielleicht sogar einen Quantensprung besser zu machen. Denn durch das Evangelium ist die Welt definitiv zu einem besseren Ort geworden und kann sie weiter zu einem besseren Ort werden. Wir müssen uns nur des Evangeliums besinnen und uns unserer Wurzeln besinnen. Dann können wir als Vereinigte Kirche Jesu Christi viel erreichen. Amen.